Wie nun, ihr Herren, seid ihr stumm, dass ihr kein Recht kühn sprechen? Was gleich und grad, das macht ihr krumm, helft niemand zu seinem Rechten. Mutwillig übt ihr Gewalt im Land, nur Frevel geht euch eure Hand, was will zuletzt draus werden? Gleich wie die Otter stopfe zu, da so für den Beschwerer, damit er ihr kein Schaden tut, wenn sie sein Stimm sollt hören. So kommt die giften Bösenwürm, wenn Gott sagt, nimm das Recht in Schirm, so hat sie keine Ohren. Der Krächte solchst wird schauen an mit fröhlichem Gemüter, denn durch die Wache baden kann sein Fuß in ihrem Blut. Denn wird es rühmen, jedermann, wer Gott vertraut und wohlgetan, Gott ist doch Richter auf Erden.